Ich habe ein neues Rücken, Aschischwa. Rücken, Aschischwa. Also ich habe das Spanner. Alle Stufe 2. Ich habe nur noch eine. Ich muss einen Sturmtruppler. Ich bin noch ein paar beeinflusst. Ja, Sturmtruppen. Eliminierung von Sturmtruppler 0 von 5. Also das und ich habe alles fertig. Bra! Geil! Ich habe Gruppenhilfe bei einer Aufgabe. Mach doch da unten Gruppenhilfe an, weil wenn ich die kille, ich muss ja 5 Stück killen, mache ich eure gleich mit. Ja. Ja, ich habe Gruppenhilfe an mit Lichtschwert. Ja, Eliminierung von Sturmtruppler in der 1. Ordnung mit Lichtschwert. Ja, habe ich Gruppenhilfe an. Warte. 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 Warte mal, mit einem Lichtschwert oder aus über 100 Metern Entfernung. Das kriegt man mit einer Sniper easy hin. Per Headshot. Ja. Ja. Also haut mir eine Sniper zu, sagt mir wo die sind und dann wisst ihr Bescheid. Mh. 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 Dann, dann müssen wir, gehen wir dann nochmal schlucken? Mh. Können wir machen, weil dort sind, da sind direkt 5 Gegner. Ja. Mh. 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 Ja! 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 Eins totes Sarah. Dann gehen wir wieder Slurpee, ne? Ja, ähm. Was ist denn hier? Also, ich geh erstmal dahin, weil ich, wenn ich richtig gesehen hab, ist dort in dem Haus, äh, in dem LKW. Ja. Ihr wisst schon. Ich geh dahin. Genau. Lichtschädter. Ja, genau. Ja. Ich geh zu meiner Markierung. Äh, Melvin, bitte nicht direkt zur Markierung flattern, okay? Bitte erstmal Lichtschwerter suchen. Okay. Ja. Ich muss nur EINEN filmen, oder? Lichtschwerter machen. Naja, aber wenn da Gruppenhilfe an ist, kann ich den Kill machen, der zählt ja bei dir auch. Ja. Ja. Weil ich musste halt insgesamt Fünfe machen. Sarah, du weißt noch welches Gebäude das war mit den Lichtschwertern, oder? Ja, mit dem wo du gerade die Lichtschwerter hattest. Ja. Da geh ich gerade hin. Hier ist keins drinne. Echt? Nee, bei mir ist keins. Ich sag auch ne... Wie bei... Das ist nur ne... Wie bei... Die spawnen wieder random. Nee. Hier ist nur ne normale Tour. Ich hab eine gute Chance, dass sie spawnen. Wie bei... Ja. Ja. Scheiße. Da möchten wir hoffen, dass Melvin oder bei Luca dort irgendwo eins ist. Ja. Ich such gerade. Also hier ist noch ein Haus, da kann ich nochmal gucken. Ich hab ne Sniper. Oh, die kannst du mir auch geben, da kann ich auf den Berg hoch. Da ist der. Da ist das Haus. Äh... Wegen Dings. Also... Wenn du ne Sniper hast, komm direkt zu mir. Warte. Bis jetzt ist dort noch keiner gelandet. Hier sind Gegner. Versuche ich ihn zu kümmern. Wir... Freie Bahn haben. Äh... Eigentlich komme. Da bist du. Da. Äh... Schulz. Was sagt man eigentlich nicht lange? Dann werden wir auch Schulz. Schulz. Ich seh bis jetzt... Der Schulz wird auf dem Weg gekickt. Wow. Ja, dann... Äh... Gebt da auf die Moon. Wartet. Ja, bitte. Warte, mir geht noch. Warte. War ziemlich los. Ähm... Max ist hier. Habt ihr schon Lichtschwerter gefunden? Äh... Ne, wir haben Sniper. Sniper. Erster down. Okay, nice. Ja, ich hab einen... Äh... Ja, warte, warte, warte. Oh, die... Luca nicht... Oh, shit, 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 shit. Ziel erfüllt bei irgendjemandem. Bei mir. Bleibt doch mal stehen, ihr Affen. Der hat einen Hunderter-Hit. Moment. Geht der weiter. Der schießt auf mich. Jetzt konzentriert sich auf mich. Warte. Einer down. Ja. Der hat einen Hunderter-Hit. Ja, ne. Ja, ne. Hunderter-Hit. Dabren hab ich schon gesucht. Dabren hab ich schon gesucht. Dabren hier weiter. Mhm. Dabren hier weiter. Hm? In den Häusern dahinten hab ich geguckt. Ist da halt ein Bier? Bleib doch mal stehen, du Arsch! Mann! Du Wichser! Das Ding ist, hier müssten noch irgendwo drei Spieler sein. Oder da war kein Team. Hunderter-Hit. Der hatte noch Spieler. Der hatte noch Spieler. Müsste sein. Weil ich hab einen, äh... Scheiße! Aber der ist halt erst auf dem Boden. Fuck! Ich hab einen. Team mit wieder. Scheiße! Das sind noch genau zwei Stück. Down! Einer ist noch irgendwo. 100 Meter Entfernung. Ja, das waren bei mir jetzt keine 100 Meter, so wie ich das gesehen hab. Weil... Ja, hab ich gemerkt, weil ich keinen Punkt bekommen hab. Hm. Ne, dann komm auch so erstmal rein. Ja. Also ich hab erstmal einen Punkt bekommen. Ja, das... Der erste war 100 Meter weg, aber das war's dann. Aber es ist keiner mehr. Machst du einen Banner? Ja. Ja. Jetzt hab ich auch wieder nicht. Sind die hier nirgends rum da nicht später? Da, ich will dich gar nicht verhalten. Da hab ich auch nen Blaster. Geh mal kurz angeln. Vorne war ne Angelstelle. Mach das. Aber wir sind sogar in der Zone. Ja. Aber schade, dass die halt nicht respawnen. Ich komm jetzt zu euch. Okay, ich hab nen Heilfisch. Perfekt. Ich bring nichts. Ich find keine Lichtschräder dahinten. Braucht irgendwer Mini? Nee. Ja, ich nehm den einfach mal mit. Nee, ich bin voll. Hier ist so ein Blaster. Ich würd gern ein Blaster nehmen. Ja, da kommst du unten hier. Komm hier hin. Ich markier'n dir. Ja, ich komm. Aber markiert. Ich bin da. So, 99 Sheld. Und hier oben ist ein Slurp LKW. Da können wir uns ran stellen. Ja. Aber ist ja bloß noch. Bist ja bloß noch du. Hey, Ben. Ja? Komm gleich einfach zu mir. Ich hab nen Blaster für dich mitgenommen. Ja, ja. Nein, nein. Ja, immer mit der Ruhe. Wir haben 600 Heilbarkeit. Kein einziges. Was liegt? Ha, 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 ha! Meine, 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 ich lass sogar meine Pots auf dir liegen. Dann liegt ein Licht schnell rum. Meins? Meins? Nein! Nein, 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 nein! Eik hat sich holen. Ja, Eidkrieg. Das ist ein rotes, oder? JAAAAAAA! 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 Ja, dann nämlich die Pumpkin. Hey, da oben! Hier oben! Hier oben! Da oben sind noch mehr! Hä? Ernsthaft? JA! Ich dachte, Violette! Nein! Och, Luca, du Arsch! Ist hier noch ein rotes? Nee, das ist der blaue. Ich nehme die blaue. Der hättest ja nie liegen gelassen. Melbourne! Und? Hier liegt ein Glas dafür. Woah, das war nice! Hier liegt ein Glas dafür. Warte, ich markier'n dir. Ich habe zwei Aufgaben, glaube ich, erfüllt. Ich brauche sie mal. Luca! Bist du drin? Aber Licht wird an sich. Ja, aber Licht wird an sich. Ja, oh, ja, oh! Hallo, wartet doch auf mich! Ich war direkt hinter euch! Nein, endlich weg von den Tutsch auf! Fahr! Endlich weg von den Tutsch auf, Eik! Dreh weg! Eikilein! Ich glaub's noch! Piu! Fahr! Fahr! Du schnott, Fuß! Eikilein! Nein, 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 nein! Nein, nein, nein! Das ist jetzt! Mann! Mann! Da waren wir mal eine Sekunde weg von den Tutsch. Ey! Melvin! Nicht schießen! Na? Na? Stress! Was? Falsche Richtung! Ja! Falsche Richtung! Ja! Falsche Richtung! Oh! Ja! Boah! Ich dachte schon hier unten stehen die Bullen! Weil ich so laut bin! Äh! Wir werden abgeschossen von irgendwo! Nein! Ich! Ey! Das ist nur einer! Hör auf! Nicht schießen! Melvin! Nicht machen! Ich schieß nicht! Ich schieß nicht! Ich schieß nicht! Ich will gerne schießen! Darf ich? Nein! Du Arsch! Hahaha! Hihihi! 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 Okay! Melvin! Deine Aufgabe ist erledigt! Danke! 300 Schaden! Ach Luca! Oh Gott! Runter blocken! Jetzt wird das Boot verstört! Okay! Schade dass es keinen Machtschub gibt! Oder die Machtblitze! Da wäre... Ey! Die Machtblitze! Oh! Ja! Oder dass man diese Macht... Dass man diese Macht... Kann um andere... Damit der... Die Steuer... Äh... Der Gedankentrick! Ja! Das wäre mal was, Alter! Das wäre geil! Oh ja! Dann wäre das alles umgekehrt! Weißt du? Ähm... Hinter uns... Das ist nicht wie du laufen tust! Äh? Okay! Ja, Luca! Hinter uns war die ganze Zeit einer! Äh? Der Schau tot! Könnt ihr mich mal nehmen lassen? Ich muss blocken! Muss... Irgendwie muss jeder noch Aufgaben machen! Ähm... Melvin! Na? XP! Dings! Bums! Oh! Warte! Hier ist noch ein Lichtschwert! Warte! Ja! Da drohe ich mich! Jibiii! Das ist ein lila! Naja! Werdet ihr gerade abgeschossen von einer Sniper? Ja! Ich werde abgeschossen! Ja! Ich werde abgeschossen! Oh! Und schon die ganze Zeit! Ja! Warum wärst du dich nicht? Ich hatte nur mein Lichtschwert gerade in der Hand! Ich hatte nur mein Lichtschwert gerade in der Hand! Ich hatte nur mein Lichtschwert gerade in der Hand! Und dann ist jetzt das Medikind und ich komm nicht dran! Geil! Ach! Nicht schießen! Nicht schießen! Nicht schießen! Nein! Weil das Boot... Ne! Das Boot ist zu krass! Können wir aber hitten! Können wir leicht hitten! Ja! Wir haben uns eh verraten! Äh! 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 Seite! Seite! Und hinter uns! Seite! Und hinter uns! Und hinter uns! Äh! Wir sind gerade ziemlich, ne? Wir sind gerade auch ziemlich besiegt! Hier! Ah! Was macht ihr zwei Torteltäubchen denn? Ja! Äh! Abgeschossen werden! Dann rennt weg! Ja! Und nicht sterbe! Ich hab 21! 20! Die bauen dort oben ab! Ja! Das schaffen wir nicht mehr! Wir haben auch Lichtschwerter! Ja! Scheiße! Ja! Ich werde auf jeden Fall sterben! Malvern! Nimmst du mich mit? Nein! Nein! Malvern! Doch! Doch! Och! Bist du los! Komm schnell! Egal! Du bist nur langsamer! Mach jetzt nicht auf einen guter Freund! Scheiß drauf! Ey! Wir sind Civ! Wir denken nur an uns selber! Ja! Scheißegal! Ich kann ein Sarah Line jetzt auch nichts dran ändern! Komm schon! Nein Sarah Line will nicht alleine sein! Komm schon! Komm schon! Das schaff ich! Das schaff ich! Ach! Die rennen direkt vor mir lang! Ich schaff das! Die sehen mich einfach nicht! Und die anballern? Schaff das! Okay! Der Ene sieht mich! Der hat gebaut! Malvern das schaffst du! Nein! Hab ich jedes? Ich block einfach mit Lichtschwert! Malvern kannst du mir das rote Lichtschwert mitnehmen? Tja! Mit 5 HP! Ich hab schon unten auch einen Raketenwerfer! Ja gerne! Mit 3 Schuss! Und falls die werfen Schäbeln! Und falls es ist strahl kann man das jetzt hier! Da kommt einer von der Seite! Oh! Oh! Die werfen Schäbeln! Das kann ich nicht blocken! Alter die haben nur eine D-Bälle! Oh! Die werfen Schäbeln! Das kann ich nicht blocken! Oh! Oh! Nein! Das war's! Nein! Ja Melvons verlieren! Ja Melvons verlieren! Ja Melvons verlieren! Aber wir haben... Melvin hat auch nur noch ganz wenig Leben! Melvin! Melvin liebt! Aber wir haben für Melvin und für Luca eine Aufgabe erledigt! Nee für mich? Ja! Aus über 100 Metern Entfernung 1 zu 1! Ja! Also ich muss weiter weg gehen wenn ich nicht snipern will! Oder Lichtschwert halt! Das ist das Problem! Oh! Lichtschwert! Wel wenn du bist? Ne, nichts mit! Hol ihn mit'n Lichtschwert! Hol ihn mit'n Lichtschwert! Hol ihn mit'n Lichtschwert! Ja, war Memon hat 5 HP, der stirbt so oder so nicht! Ja, hol ihn, hol ihn! Ja, an! Der muss ihn nur einmal treffen! Mach ihn für die Aufgabe! Mach ihm dafür die Aufgabe! Mach ihm! Hier ist auf der Tone! Oh, hättest du den jetzt noch gekriegt, ne? Er stirbt in der Zone bestimmt. Ich will jetzt aufhören! Mann, stirb doch, du... du Mauer!